Der Bundeschampionat-Bronze-Medaillengewinner, Bundeschampionat-Finalist und Dressurpferde-Champion Rheinglanz lässt sich durch seinen bildschönen, dynamischen und in vorbildlicher Motorik auftretenden Sohn in brillanter Darstellung vertreten. Spitzensport und sporterfolgreiche Genetik wurden ihm in die Wiege gelegt. Ein Bruder der Spitzenstute Sonnenröschen und ganz eng verwandt mit dem bewegungsoptimalen gekörten Sanderas. Die Mutter zählt zu den wenigen Töchtern des Lovelas, kanadischer Dressurmeister der Junioren, und vertritt einen wertvollen Zweig der großen Cherisat-Dynastie. Stamm des Vererbers Schenkendorf, der sich auf der britischen Insel in schweren Springprüfungen glanzvoll zu behaupten muss. Stamm des Vererbers Schenkendorf Stamm des Vererbers Schenkendorf Stamm des Vererbers Schenkendorf Stamm des Vererbers Schenkendorf